Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum täglichen Coin-Trend. Heute sind wir mal wieder am Start am Sonntag und als erstes möchte ich noch ganz kurz sagen, ich habe gestern auch ein Video online gepackt zu einem neuen ICO. Schaut da gerne mal rein. Finde ich persönlich super interessant das Projekt. Wie immer macht euch bitte eure eigene Meinung. Findet da im Kanal. Ich packe es auch noch mal in die Kommentare, also nicht in die Kommentare, sondern in die Beschreibung. Gleichheitslink rein. Da könnt ihr einfach mal drauf gucken. Und ja, finde ich ein sehr, sehr interessantes ICO, weil es schon ein existierendes Produkt gibt und Hardcap und auch ein tolles Team. Von denen, die sich schon reingeschaut haben, also ihr müsst euch dann, das geht in drei Tagen los, der Pre-ICO, ihr müsst euch da auf der Seite, da klickt ihr bei mir auf den Link, kommt auf deren Seite, dann könnt ihr euch für die Pre-ICO anmelden. Ihr müsst euch also vorher anmelden. Da passiert dann noch nichts, keine Sorge und ihr kriegt dann noch mal Bescheid. Aber ihr seid halt schon eingetragen, ansonsten dürft ihr am Pre-ICO nämlich nicht teilnehmen. Ja, ansonsten, wenn noch Fragen sind, zum Beispiel mit Wallet und so weiter, gibt es schon was in den Kommentaren. Schaut da einfach mal rein. Wir wollen natürlich auf die Kurse gucken, was passiert ist und es ist ziemlich viel passiert, und zwar im Rahmen von 600 Dollar, um genau zu sein. Wenn wir hier gucken, wo wir geschlossen haben, müssten wir ja irgendwo hier noch gewesen sein. Denke ich mal, auf jeden Fall ging es gestern kurzzeitig bis auf 6.900. Das haben wir hier in der Kerze, da sieht man kaum, dadurch, dass die grün ist und auf dem hellblauen Hintergrund. Ginge runter bis 6.900. Also das war hier das Problem. Wir hatten das auch uns zusammen angeguckt. Da war das Problem, darunter gibt es halt, also in dem Zwischenbereich gab es nicht wirklich einen Support. Das heißt, wenn es unter 7.100 bricht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es bis 6.900 geht. Und das war auch, aber nur ganz kurz. Es ist von da sofort wieder hochgeschnellt und hat nochmal versucht, gestartet hier durchzubrechen. Das war recht interessant. Und also ich persönlich habe vermutet, dass wir noch auf diese Linie hier kommen, weil das ist eigentlich noch eine passende Trendlinie, wo ich dachte, dass wir da bald drauf treffen werden, weil Nr. 1 haben wir hier schon durchbrochen gehabt dann. Da ging es ja auch dann schon das erste Mal hier so runter. Und dann, es ist zwar normal, oder es passiert eigentlich, naja, nicht fast immer, aber es passiert sehr, sehr oft, dass diese Trendlinien, die durchbrochen werden, nochmal getestet werden. Im Normalfall passiert das so, dass man hier runterkommt, dann wieder hochgeht und dann ist sozusagen der Test abgeschlossen. Jetzt sieht man hier, dass es nicht bis zur Linie genau ging, wo ich persönlich halt dann einfach davon ausgegangen bin, dass ich die Linie nicht richtig gesetzt habe oder irgendwas nicht richtig. Also ich habe halt den Fehler bei mir gesucht. Und heute Mittag war es dann auch so, dass der 1-Stunden-Chart nach oben gezeigt hat. Ja, aber den Sprung, der so kam, den habe ich auf keinen Fall erwartet. Ich hatte eher so gedacht, wir kommen hier nochmal so in den Bereich 7200 bis 7300, da wir ja auch hier einen Widerstand haben. Und da ging es dann gleich erstmal durch. Und was haben wir gemacht? Wir haben gleich erstmal ein neues Allzeithoch gesetzt, mal wieder, weil wir ja sonst nichts zu tun haben, 7530, das steht hier bestimmt auch irgendwo immer, das Allzeithoch, haben dann sogar die Trendlinie hier wieder getestet und sind von da wieder nach unten gegangen. Ja, also das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet, dass es hier so stark nach oben geht nochmal, jetzt wieder einen Hochpunkt gesetzt hat. Und jetzt wird es langsam interessant, weil mit dem Zusammenziehen der Bänder, die wir hier sehen im 4-Stunden-Chart, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich nochmal auf jeden Fall auf die Bänder bewegt. Und dann viel interessanter natürlich, was kann jetzt hier kommen, was kann das von der Entwicklung her kommen? Und ich möchte da gerne in den Tageschart mal in die verschiedenen Indikatoren gucken. Hier oben sieht man natürlich nicht mehr ganz so viel, da ist das hier für die vielen verschiedenen Linien. Aber wenn wir hier so gucken, wir sind im klar überkauften Bereich, was den RSI angeht, wir haben aber hier zum Beispiel noch keine, ja, zumindest hier eine kurzfristige Divergenz, sagen wir es mal so, im stochastischen Minimal, da muss man dann aber auch schon ein bisschen, na, nicht kreativ sein, aber zumindest ein bisschen das auch wollen. Hier unten sehen wir noch nicht so ganz viel. Interessant wird es hier, wie die Kerze, wir haben ja jetzt schon die neue Kerze, genau, wie die sich jetzt für hier verhält. Also wenn wir mit dem nächsten Balken weiter drunter sind, unter diesem hier, das ist ja nicht ganz so hoch ist, wie der davor, dann würde das darauf deuten, dass wir uns hier umkehren im Tageschart, das heißt, dass wir hier nach unten gucken. Für, wenn man jetzt den CCI nutzt, da ist es ja so, dass man immer dann erst auf den Weg nach unten guckt, wenn es von diesem überkauften Bereich wieder zurück eindringt, hier in den 100er Bereich, davon sind wir noch ein Stück entfernt, da müsste es also noch fallen dazu. Hier gibt es also noch kein Signal. Und was ich beim letzten großen, bei der letzten großen Korrektur sehr hilfreich fand, war der Dreitageschart. Und jetzt ist es so, also hier hatten es damals so das erste, als es sich im Dreitageschart hier die Divergenz gezeigt hat, ging es dann auch wirklich runter. Hier haben wir es jetzt zum Beispiel so, dass im RSI selbst keine Divergenz zu sehen ist. Also geht der Kurs noch weiter höher, also das ist normal. Vielleicht nicht ganz so krass, wie es der Kurs ist, aber er geht trotzdem nach oben. Im Stochastischen sieht man es minimal, also auch wirklich nicht ganz glasklar. Und da ist für mich jetzt der Punkt, dass ich hier in diesem Dreitageschart hier auf den CCI gucke und wann der in diesen 100er Bereich zurückgeht. Das sehe ich jetzt sehr interessante Positionen an, wenn das passiert. Von der Bewegung hier mit dem Balken, da sehen wir, das Histogramm steigt auf jeden Fall noch. Das heißt, allgemein ist es ein bisschen, in vielen Zeitintervallen sind die Kurse sehr überkauft. Aber wir haben ja jetzt, das waren sie auch schon hier und hier. Eine Divergenz ist so direkt noch nicht zu sehen, aber es ist wirklich ein bisschen im Moment, dass man nicht so ganz genau weiß. Es kann noch eine Spitze kommen, es kann auch keine kommen. Wenn man sich den vier Stunden so anguckt, lässt hier die Kraft auf jeden Fall nach. Was das betrifft, auch der RSI geht hier wieder zurück und auch hier sendet er ein Verkaufssignal mit dem Zurück in den normalen Bereich. Der MACD hier hat schon ein Verkaufssignal gegeben, das war aber hier unten bei 7.150 ungefähr und von da aus ging es ja sogar noch mal hoch. Es zeigt also jetzt mehreres auch nach unten, aber so verrückt, wie es ja die letzten Tage angeht, ein bisschen vorsichtiger. Das größte Zeichen, was ich eigentlich, wo ich mich immer sehr gerne darauf verlasse, weil es sehr oft, also fast immer zutrifft, wenn sich hier die Bänder zusammenziehen, wir sehen das hier im Vierstundenchart, dann ist es so, dann machen wir oft die Bewegung auf die Bänder und das wäre jetzt so ein nahe zeitliches, weiß ich nicht, 4, 8, 12, 16 Stunden, also wir sind ja hier im Vierstundenchart, vielleicht in 8 Stunden hier so auf diese Linie kommt und von da aus sehen wir dann mehr, in welche der beiden Richtungen es geht. Wir haben hier ja auch noch die Trendlinie, wo ich ja gedacht habe, dass wir da noch drauf kommen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das mit der dann verhält. Da denke ich auf jeden Fall, dass noch mal Support da sein wird. Wir können mal auf die Bänder in den höheren Zeitintervallen gucken. Wir haben 12, da zieht sich noch gar nichts zusammen, also da geht alles fröhlich weiter auf, im Tageschart genauso. Da brauchen wir also auf jeden Fall nicht drauf gucken. Im Wochenchart ist es jetzt so, dass wir hier mit der Kerze sehr deutlich drüber sind. Das ist schon übertrieben deutlich Waren. Heute ist Sonntag, das heißt die Kerze schließt und da bin ich mal gespannt, inwieweit die sich zurückzieht in Richtung der Bänder. Das wäre natürlich noch ein mögliches. Wir haben ja das in den 4 Stunden mit dem Durchschnitt gesehen. Ja, kann ich jetzt hier nicht genau an der Stelle sagen, wäre aber auf jeden Fall noch zu beobachten. Ich hatte hier auch noch eine Trendlinie, die wir jetzt in dem Aufwärtstrend mal hatten. Das ist nur eine angenommene, das ist jetzt keine, von der ich hier irgendwie fest ausgehe, aber wenn wir hier drauf treffen würden, mal angenommen, steht hier eine 7800 zu Buche. Das wäre aber für den Fall, dass es noch am Sonntag passiert. Danach gibt es ja schon die neue Kerze, dann ist das sogar weiter oben. Ich kann es mal kurz schauen. Oh, deswegen hat es nicht gepasst. Das war da nämlich gar nicht logarithmisch. So, dann ist das hier bei sogar über 8000. Also das ist noch weit weg. Und ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Viel steht auch nach unten. Die Spitzen, die wir jetzt da drin hatten, wurden immer kleiner. Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich. Also wir haben ja zum einen, wir machen das mal mit den Pfeilen. Wir haben ja jetzt hier, gut, wo kann man da anfangen? Sagen wir mal hier, haben wir ja so eine Bewegung gehabt. Oder hier hin. Dann eine recht kleine Bewegung hier. Und dann nochmal ungefähr gleiche Bewegung hier nach oben. Aber der Unterschied dollermäßig von dem einen hoch zum anderen wird immer geringer. Das ist so ein bisschen, wie ich nenne es immer, der rollt über. Also, der kippt um. So nenne ich das. Da ist dann, sieht ein bisschen so aus. Aber die letzten Tage zeigen, wir können auch immer noch ein Stück höher. Auf jeden Fall wichtig, die Trendlinie hier, wie gesagt, wenn die hält, ist immer alles noch in Ordnung. Wenn wir drunter gehen, müssen wir natürlich in unterere Bereiche gucken. Erstmal 6.900 wieder. Da ist ein stärkerer Support auf der Seite. Und die nächste Trendlinie ist dann hier schon wieder 6.300. Alles noch nicht im kritischen Bereich. Wenn wir zu einer richtigen Korrektur kommen, müssen wir ja im Wochenchart zurückgehen in Richtung des Durchschnittes. Das sieht man hier. Das würde der Mann dann ja auch nochmal mal die Fibonacci genauer sich angucken. Wir werden irgendwo dann hier irgendwo 4.600 oder so. Kann passieren, dass es da eine ganz verrückte Woche gibt. Also, dass es vielleicht vor dem Fork wirklich krass nach unten geht, auf diese Stelle trifft und dann zum Fork gleich wieder hoch. Reine Möglichkeit, reine Spekulation. Davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Halte ich aber für ein mögliches Szenario. Wir wollen natürlich noch in die anderen Coins gucken. und die sehen alle sehr ähnlich aus. Ich habe mich heute so ein bisschen schwer getan, was Passendes zu finden. Ja, Ethereum Classic hat mal wieder zugelegt, das war ja sehr stark am Fallen und wenn man sich jetzt hier das mal anguckt, sieht das sogar recht positiv aus. Wir haben hier eine positive Entwicklung, also positive Divergenz, das gleiche im RSI an der Stelle und beim TCI ging es dann auch wieder in den normalen Bereich. Ist es jetzt wirklich hier ein Boden an der Stelle? Für den Moment vielleicht ja. Ethereum Classic tut sich sehr, sehr schwer. Die Frage ist natürlich auch, wie der asiatische Markt reagiert, weil da ist natürlich Ethereum Classic sehr gefragt, auch allein aufgrund der Namens Namensgebung da heißt es ja nicht Ethereum und Ethereum Classic, sondern Ethereum Classic ist da das normale Ethereum und das andere heißt glaube ich Hardfog Ethereum. Da ist also da ist schon die Namensgebung etwas ungünstig für Ethereum in der Stelle hier bei uns ist ja Ethereum Classic. Möglichkeit wäre halt hier, wenn es über dem Support bleibt, den wir ja hier haben bei 160.000 dann könnte noch eine höhere positive Bewegung kommen für Ethereum Classic in den nächsten Tagen. Da würde man natürlich hier dann wieder gucken so in die letzten Bereiche hin, das sind hier 28.000 und bei dem würde ich natürlich erstmal darauf achten, bleibt hier die Support Linie bestehen, können wir uns da drüber halten und gehen wieder hoch, dann ist es, denke ich, kann man da guten Gewissens mal einsteigen und eine Bewegung mitnehmen, ansonsten, wenn wir hier wieder drunter kommen, könnte man es nochmal an der Stelle schauen, was da passiert, aber auf jeden Fall muss man bei so einer langfristigen Abwärtsbewegung dann auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das Messer zu fangen ist dann halt auch immer so eine Sache an der Stelle. Dann haben wir was ich interessant fand, das war ja gestern schon in der Entwicklung so, VTC, das hatte hier einen wirklich interessanten, oh, sorry, das hatte einen ganz interessanten Punkt hier in der Umgebung, kam hier von einem Support Level direkt wieder hoch, kam wieder runter und dann war hier ein sehr schöner Punkt zum Kaufen an der Stelle, ich hätte sogar erwartet, dass hier sogar nochmal ein Stück mehr hier in den Bereich kommt, schoss dann aber nach oben direkt innerhalb von kurzer Zeit, was haben wir hier, sogar nochmal, als ich dachte, 40% plus, das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, ist hier sehr gut entwickelt, aber dann, ja, das war nur so ein kurzer Wiederaufschrei, sag ich mal, dann ging es jetzt langsam wieder nach unten, ist jetzt, denke ich mal, auch hier ein recht deutliches Double Top gewesen, also, das jetzt hier nach unten geht und wohl sicher auch dann erstmal wieder so in diesem Bereich hier unten die Bewegung. Einen ganz interessanten Coin, so der letzten, ich glaube, jetzt schon zwei, drei Tage, ist Verge XVG, auf jeden Fall sehr gutes Potenzial natürlich, dadurch, dass es immer hier noch im kleinen Satoshi-Bereich ist, bei hier in den 80ern war auf jeden Fall ein sehr guter Kaufpunkt, da geht es ja auch darum, dass jetzt das Rave-Protokoll in zumindest noch zwei Tagen aktiviert werden soll, da hat es auf jeden Fall jetzt eine positive Entwicklung genommen über den Tag, ganz gut und wenn man sich jetzt auch mal im großen Bild das anguckt, haben wir ja hier oben ein schönes zusammenlaufendes Dreieck, sind am unteren Bereich, hatten das hier drüben schon mal und dann ging es ja auch sehr stark nach oben, das heißt, hier kann man auch, gerade wenn man möglicherweise nochmal im unteren Bereich reinkommen würde, kann man auf jeden Fall versuchen, hier eine Bewegung mit nach oben mitzunehmen, Ende wäre dann sehr wahrscheinlich wieder hier ungefähr an der Trendlinie, macht aber sehr viel Prozent aus, dadurch, dass es halt so ein kleiner Satoshi-Bereich ist, hier 70% wären das schon, ja, wenn jetzt gerade im Moment vielleicht nicht einsteigen, wenn es nochmal zurückkommt, könnte man hier aber sicher eine gute Bewegung mitnehmen. Ja, das soll es gewesen sein mit dem täglichen Coin-Trend für heute, ich bin sehr gespannt, was Bitcoin jetzt noch bringt, gerade bis für die Wochenkerze und morgen wissen wir dann schon wieder mehr, ich freue mich darauf, wir sehen uns dann wieder, macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten hellreffend. Bis zum nächsten mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017